hallo internet willkommen zu diesem wundervollen spontanen spannenden live react stream denn es geht mal wieder um super und wahrscheinlich zum letzten mal denn das wird heute der finale dlc charakter heißt es zumindest ich bin gespannt alles ist offen ja quasi alles möglich aber es kann nur einer werden es kann nur eine einzige figur ein einziger charakter kann der letzte dlc kämpfer für smash brothers werden und wir sind gespannt was da kommt alter wir sind da gespannt wie blitzebogen schön dass ihr da seid wegen wie sie möchte so raken ja ist so aber wirklich passieren es wird nicht passieren wie gesagt ich fress ein ganzes glas senf wenn es passiert leute es geht los ptc me fighter kostüme sie zögern es jetzt natürlich auch heraus ne neue me fighter neue kostüme ist da vielleicht zora dabei wer weiß splatoon ok gott sei dank gott sei dank ok splatoon wir haben einen weiteren wir haben ein me fighter kostümen mimimi mi gunner kostümen für den splatoon charakter das heißt splatoon ist hoffentlich raus für den letzten smash charakter ja hoffentlich raus aber cool dass es noch ein paar von splatoon gibt es ist nice das passt auch jetzt kommt das splatoon 3 raus da noch ein bisschen support zu machen ist ok passt auch für mich ja der doom slayer als mini kostüm ok doom guy haben auch viele gedacht dass er kommt aber er ist ein mi kostüm er ist ein mi kostüm ok ok aber wer wird der folge der letzte folge der charakter ich bin so ein puls gleich wird das internet brennen weil alle unzufrieden sind oh nein wieso geht das feuer aus nicht cool feuer bleibt da sein feuer basierter charakter oder zelda schaut zelda brussel wilde 2 nein schulk das sieht jetzt aus und sie werden alle wieder amiibo ist es die meisterhand oder ist sowas aber feuer die letzte flamme mario befreit sich von seinem amiibo dasein feuer irgendwas feuer basiert ist aber mir fällt kein charakter ein der auf feuer basiert hat wieder wohl joe viel mit feuer zu tun das ist das feuer was ist das neeeeein 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 ooooh ooooh oh mein gott neeeeein 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 neeein neeeeein neeeeein Oh my god! Oh! Ich bin! Ich bin mir der Ende des Wehr! Nein! Oh! 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 So! Oh! Eh! Oh! Ah! Ah! Ich zittere! Ich kann meine Hände nicht mehr! Ich muss den selbst holen! Ah! Oh mein Gott! Ah! 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 Ich habe mir das Auge nicht gesagt! Ich hätte es noch sehen müssen! Ich hätte es noch sehen müssen! Oh mein Gott! Das ist ein Logitim! Und es ist vor allem sein Kingdorff 1 outfit! Gott, ich liebe es! Das ist... Das ist doch gerade ein Traum! Das ist doch gerade ein Traum! Das passiert doch nicht wirklich! Das passiert doch nicht wirklich! Das passiert doch nicht wirklich gerade! Ah! Ah! Alter! Ich kann aus Smash Bros. jetzt Kingdom Hearts Content machen! Wir spielen! Smash & Scream! Bis auf den Tod! Leute! Oh! Und sein Kingdom Hearts 2 Outfit! Und sein Dream Drop Distance Outfit! Alter! Du Mura! Sein Kingdom Hearts 3 Outfit! Ah! Shut up! Take my money! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Heißt es auf, wir kriegen 4 Amiibus! Ich brauche sie alle! Ich brauche sie alle! 6 P war Kingdom Hearts 2 Seine Vailer Form! 7 P war Kingdorff 2 Alter! Final từ Inhaber aikć Forever 11 Adiel Achi 3 Tod 6 2 3 3 2 3 2 1 Mach auf! Mach auf! Mach auf! Das ist doch nicht wahr! Ich liebe Nintendo so sehr! Ich liebe Sakurai so sehr! Ich glaube, ich will nicht schlafen! Ich kann euch sagen, Zora und Smash und Penismon ist einfach am Start! Ah! Penismon! Ich sag mal, Penismon ist einfach am Start! Ja, ich bin auch im Büro, falls nach Hause! Wo hast du den Senpfen gepackt? Ich finde ihn nicht! Schatz! Wo hast du den? Popo! Wo hast du den Senpfen gepackt? Wo hast du den Senpfen gepackt? Ich finde ihn nicht! Ah! Wieso heiß? Wieso heiß? Wieso heiß? Wieso heiß? Ach, Schwitze! Ah! Verstehe! Ah! Hallo, Bestien! Oh mein Gott, stimmt! Sora gegen... Sora gegen Sephiroth! Rematch! Oh mein Gott, ist das geil! Oh Gott, ich liebe die Stage! Oh Gott, ich liebe es! Oh Gott, ich liebe es! Sie verändert... Oh! Der Dive in too hard! Oh! Oh! Nice! Mega nice! Ah! 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 Und Rico und Kairi sind da nun auch in Smash! Ah! Wie geil! Es ist so gut! Es ist so gut! Es ist so gut! Es ist so gut! Oh mein Gott! Ah! Oh! Ricos Herz! Oh Gott! Oh mein Gott! Shit! Oh! 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 What a... Sag... Sag extra für dich! What is this? What is this game? Was ist hier los hier?! Oh! 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 Ah! Alter ich schwitze jetzt! Würd ich joggen! Kingdom Hearts! Melody of Memory! Oh! Ah! Nehm es weg! Nehm es weg! Ah! Nein! Ah! Nehm es weg! Nein! Geil! Ich hab Melody of Memory auf der Switch! Das heißt ich krieg noch ein Ex... Ich krieg die Swing-Version von... Daily beloved! Das ist aber nice! Endlich hat sich Melody of Memory für etwas gelohnt! Spirit Boy! Spirit Boy! Wir haben so gehört! City Spruce! Wir haben Axel! Tera! Riku! Shion! Flamsige Pflausen! Hit Smash! Ah! Ah! Off the way! So! Ich hab gehört jemand hat Bock auf Senf! 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 Ich geh jetzt nochmal das Senfglas suchen! Ein paar Sekunden später! So! Wir haben hier den... 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 Den guten... Den guten Bautzner Senf! Ja! Den guten... Bautzner Senf! Ich Klugscheißer hab gesagt... Niemals wird Sora in Smash Brothers kommen! Niemals! Eben grade... Musste ich mich... Etwas besseren belehren lassen! Und... Ja! Deswegen muss ich jetzt... Dieses Glas Senf... Live im Stream löffeln! Der ist hier! Der ist auch noch verschlossen! Das ist ein neues Glas Senf! Ne? Hier! Seht ihr ja! Ja! So! Köstlich! Scheiße! Nein! So! Da hab ich natürlich auch einen großen Löffel geholt! Ja gut! Was soll ich sagen? Sora ist in fucking Smash! Ich hab mir Toastbrot geholt zum neutralisieren! Ach jesus! Ah! Das war ja grad mal der erste Löffel! Oh Gott! Ich will nicht! Komm in mich Senf! Töte mich! Ah! Ah! Ich will nicht mehr! Aber Sora ist in Smash! Aber Sora ist in Smash! Ah! 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 Oh Gott! Es ist in meine Nase gekommen! Es ist in meine Nase gekommen! Es ist in meine Nase gekommen! Ah! 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 Das Glas ist erst halb leer! Let's go! Oder ist das Glas halb voll? Ah! Jonas! Darum erstmal der Jäkermeister! Nee nee! Hauptsund hat der Senf! Das ist ja! Das Ding heute! Komm! Weil du! Auf dich! Jonas, nehmen wir doch mal so einen Löffel, ne? Alter, die Zunge ist ganz gelb! Nachher gibt's Alarm im Darm! Komm, Ex- oder Fortnite-Spieler! Jesus Christ! Das schmeckt mir wieder nie an! Aber ich kann alles riechen! Aber alles, was ich rieche, ist Senf! Guck mal hier! Man sieht schon... Man kann schon durch den Boden durchgucken! Das ist der letzte Löffel jetzt hier! Ich sag euch eins, seid froh, dass so rein Smash ist! Ihr würdet nicht gerne das machen wollen, was ich hier gerade mache! Ich war mir so sicher, dass der nicht in Smash kommt! Ich war mir so sicher! Ja! Wie viel Löffel Senf willst du? Ja! Ja! Ich werde nie wieder in meinem Leben Senf essen! Aber hier! Glas ist leer! Ein ganzes Glas Senf, Leifensstream gelöffelt! Weil Zora in Smash ist! Ist das ekelhaft gerade! Oh! Mir geht's... Oh! Mein Bauch! Ist ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt! Ist ein bisschen schlecht gerade! Ich hab Angst vor dem, was passiert! Wenn ich aufs Klo gehe! Weißt du! Morgen gehe ich zum Arzt! So! Magendarm! Ja! Und da haben sie irgendwas... Haben sie irgendwas Schlechtes gegessen in der letzter Zeit, der Arzt zu mir und ich so! Kaju! Woran halt gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage! Ich sag natürlich immer, woran halt gelegen? Das fragt man sich nachher natürlich immer, woran gelegen hat! Leute! Vielen Dank fürs Vorbeisein! Wir sehen uns morgen! Alter, dieser widerliche Senf! Ey, ihr glaubt es nicht! Meine ganze Fresse! Ich hab das Gefühl... Ich wusste nicht, dass meine Speiseröhre schmecken kann! Aber meine gesamte Speiseröhre schmeckt nach Senf! Es ist so widerlich! Ihr könnt es euch nicht vorstellen! Ich bin nur überlegen, ob ich mir den Finger in den Hals stecke, um zu kotzen! Aber dann kommt der Senf ja nochmal durch meine Speiser! Das muss ja noch widerlicher sein! Dann ist der Senf vermischt mit den Magensäften! Boah nee, alter! Es ist... Wenn ich morgen tot bin, wisst ihr warum!